Aber die Munition ist tot. Aber die Munition ist tot. Das war so hassig auf mich, glaube ich. Du bist so erschrocken, ja? Mehr Steps. Ja. Wir sind gleich los. Stopp. Du bist so schlecht, du F***. Wir sind schön krass. Nur noch 25. Du bist so erschrocken. Da sind wir noch unten, ja? Ja, da sind wir drinnen im Fight. Auf mich haben wir geschossen. Hier gehen wir. Das ist One Shot. Ich habe einen. Ich habe einen. Und der Papier ist ein Stück nach. Ich habe immer das, was ich hier gesehen habe. Ah, ich habe hier beim mitfahren müssen jetzt. Das ist halt besser. Beide. Boah. Du hast wirklich? Ich hätte gerne nicht gesehen. Er ist schon über drehen, die Drehout. Ja, bei mir. Uah Lost, erdlich gepistet Mir kommt da rein Fenster vor ist einer Ich denke es hätte unten in die Dusche rein können Schön, komm Wir hatten noch einen Mate, ich habe noch ein bisschen auf dem Handy geschaut Das ist der Prämoni-Bot. Das ist der Prämoni-Bot. Alle Preise wieder normal. Es ist aufgefallen zu kommen. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeld-Ziel auszuschalten. Oh, jetzt noch eine Ruhe. Jetzt noch eine Ruhe. Jetzt noch eine Ruhe. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Das Kopfgeld-Ziel ist ausgeschaltet. Ihr Halt davon. Jetzt noch eine Ruhe. Oh, das hast du schon gekennzeichnet. Weisst du, es ist noch eine Plattenbote. Kannst du eine Ruhe? Die Chemik-Kunzen sind, wie man sagt. Ein blazerer Torf. Ja, das ist noch eine Ruhe. Irgendwo da unten ist ja nichts. Ja, der ist im Baum. Das ist ein mobiles Ziel. Ja. Kannst du halt hin? Das ist schon genau. Das Ziel in die Ziel. Ja, die Nacht. Wieder kommt rein. Der Feind sprengt. Auf den Himmel ab. Der Schleswig-Kunzen ist gerade einer gelandet. Der Schleifensicherheitszone wird markiert. Und sonst ist das Zip-Line da oben oben hochkommt. Sie sind da unten drinnen. Ich bin im Dach. Team Life 3-Nail. Nichts Colette? Ihnen Colette? Ich verreckt. Nice. Junge. Er hat der Shit. Shit Break. Hier kommt ein Dach schnell. Nein, nein. Ich bin auf dem Schimmer. Das ist unten drinnen. Das ist unten drinnen. Haben wir aber ein wenig Dings, Muni? LRMG? Also Stunke. Äh, da. Kannst du ausfangen? Genau. Danke. Wir tun wir auch nicht. Das ist eh schon vorbei. Wir müssen wohl. Das ist auch noch ein wenig Ampli, Junior. Nein, da nicht. Okay. Hab das Ziel im Visier. Woa! Oho! 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 Gehen wir links durch? Oder wo? Ja, gehen wir links. Ja, gehen wir links. Ich habe einen. Hier, Team Life. Nachdenkungen. Oho! 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 Jetzt noch laut, falls jemand etwas braucht. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche Stuhlgemmung. Unbedingt. Da ist bisschen. Eine Shield Break durch den Klinghäuschen hinter. Oh, die Sniper, Basuf, die Sniper. Perfekt, Biggie. Oh mein Gott. Bro. Eine. Eine von zu dir. Rechts, 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 rechts. Nein, für eine Maske-Animation. Dass ich das immer noch nicht gepatcht habe. Oh mein Gott, man. Die haben ja richtig aimt. 2 gegen 1. 1 gegen 1. Das ist der Dobo. Alles gut. Ja, was willst du machen, Mann? Was ist das zu Hause? Ja. Schade, Mann. Schade, Mann. Die Zeit, fuck. Sie haben uns besiegt, aber wir werden uns revanchieren. Schon wieder. Himutton. Gинг, Mann. Dann, und das ist eines. Und es geht um 3 Liter. Immer mehr. Immer mehr. Angst. Ich werde wenn, wie du nicht mehr in die Sniper durch небseite wachst, Das ist cool, wie du es machst. Es kommt gegen Prüfung auf Update und dann kommt irgendwie Verbindungsverloren. Ja, der ist... KB, schau. Der ist ja unverdient worden, Mann. Das hier. Du hast ja 08 7 KD. Nein, 08 1. Vielleicht gibt es so schlecht. Hä? Da ruht einfach 2-0-9. Du musst wieder Alferstehen. Schau. Ja, 2-7. Dann haben wir so gut Globys vergeben. 08 98. Besser auf der Wirt, Ruscha. Ja. Ah, unverdienter ist in der Grund. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Er macht es nicht für das Geld. Er macht es für... Fotzere. Was? Für Ehre. Und ein Herz. Stolz. Und ein Herz. Jetzt ist Schluss mit Lustig. Bereithalten für Einsatz im Kriegsgemäht. Am Ende ist es ein Herz. Er ist ein Herz. Ein Helikopter. 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 Es ist ein Helikopter. Dann ist es drügere Diamond Road. Jetzt nehmen wir das zuerst. Helikopter. Schildert und Formatik Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten! Angriff! Feinde landen im Einsatzgebiet! Du wirst nur ein Fissel stehen Ich habe einen! Wo? Dort! Dann auch wirklich! Oh mein Gott, die wird abgestockt! Das Hotel, wo ich markiert habe! Florian, ist du da oben irgendwo? Ja Oder hier, glaube ich Ich bin nicht mehr da Ich bin nicht mehr auf dem Dach Ich bin nicht mehr auf dem Dach Ich bin nicht mehr auf dem Dach Oh, landet einer! Ja Ja, er ist gerestet worden Ist ein bisschen oben In mir oben ist einer gerestet worden Die werden jemand gehandelt, Alter Ziel für Luftschlag markiert Das ist übrigens auf dem Dach Hier, Phoenix 3! Schlag unterwegs! In der Brände Wir können ja die Lodi holen und holen Oh, da hat es keinen Job Keine feindlichen Treffer Scheisse Ist schon wieder gerestet worden? Bei mir sind Leute Chill-Break einer dort vorne Ach, wieso kann ich nicht mehr Fick mein Leben Ja Wo bist du eigentlich da? Achtung! Mit Shotgun Ja, mit Shotgun So wie eine Brand Shotgun Ach du aber, ein Shield-Break Ach, das ist Hits Well done Was ist denn hier? Unten, unten An der Uferseite Zwei Komm Ah, Spiel-Break 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 Spiel Ich pushe den Huso Der ist tot Ach, ein Brezzi da Kommt zu mir da durch Oh, ist gerade einer gelandet Biss! Nein, nein Oh mein Gott Ach du! Er ist oben hier Rechts, rechts, rechts Ja, du bist passiv Er ist nicht weg Da ist noch einer Sagens Team Von Harber Ja, ich kann sie sagen Marco, du musst dich nicht Vier links Vier links Vier links Vier links Vier links Vier links Oh, das Dach ist Dach ist klein Da ist ein ganzes Team Da, ja, Achtung So So Sind die anderen im Treppenhaus Weil sie gestorben sind? Wahrscheinlich Ja, ja Ihr seid draussen, sie sind ja nichts Oh, das ist ja Oh, meine Welt Was ist denn das? Muuu Wum Wum Verwaltlicher Soldat In der Nähe Jaaa! Er kommt mich hoch Wieso hat er genau Das ist das Ah, er hat mich gesehen landen. Ah, drungen, drungen, süssi. Am mittleren Stock sind zwei. Markus, sie können sich auch mehr. Boom. Das ist der Lowdown-C, ich hab dir Angst. Wir sind hier ganz am Ende, hast du gesehen? Eben, noch nicht. Ich sehe es, ja. Ja. Probieren wir auch Trotzka. Du kannst es so gut. Ja. Fangen wir ab, komm. Zweck vier ist kritisch. Nur eine Pistole, gell? Ah, das bleibt nicht so. Gehst du aufs Dach? Ich gehe mal den Leiter hoch. Ja. Wir sind immer noch ganz 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 vorne. Ich glaube sie haben wir gesehen. Ja. 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 Ich habe keinen Bock mehr. Schau, das kann ich ein wenig losen werden. Ja. Ja. Achtung. Oder zumindest probieren. Einen Platz da ist einer. Ich verfolge den Feind. Ja. Er steigt auch. Egal kommst du an. Das ist wie im Prison. Mach mal hoch! Bro, Bro. Ja. Sheeprake. Der kommt runter. Den haben wir noch drinnen? Nein, er ist runtergekommen. Wir sind hier drinnen. Feindliches Team macht Jagd auf dich. Sei keine Beute. Der andere, der ich auf dem Dach hatte, hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Der ist drinnen.